Kommen in diesem Minivan der Extraklasse Ford B-Max Titanium EcoBoost. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses B-Max ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigstem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Dieser Wagen bietet besonders viel Platz. Er beruht auf Fiesta. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Für den 17-Zoll-Leichtmetallfelgen gibt es noch ein platzsparendes Reifenreparatur-Set. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind bequem und bieten viel Seitenhalt. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit stehen sieben Airbag, ESP und ABS parat. Ebenso das automatische Bremssystem Active City Stop. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio Sony gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem geräumigen Kleinwagen werden Sie viel Spaß haben. Der Wagen ist rundherum gepflegt. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Es handelt sich um ein ehemales Dienstfahrzeug der Vorkwerke. Schauen Sie doch mal vorbei. Und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao, gut.